Sandra Owotz, das ist ganz wichtig. Wurde mir nämlich schon gesagt, möchte ich Ihnen vorstellen. Sandra, ich kenne dich aus dem Fernsehen. Was machst du genau da für die Zuschauer? Im echten Leben bin ich Maklerin und im zweiten echten Leben arbeite ich fürs Fernsehen auch als Maklerin. In einer recht populären Maklerserie bei uns, unserem bekloppten Alltag. Du magst es nicht so richtig durch, ne? Sieh! Mit Leib und Seele und das schon seit fast 16 Jahren. Die Sendung heißt Mieden, Kaufen, Wohnen. Was mich natürlich interessieren würde, was ist mit den Leuten, die dann eine Wohnung haben oder vielleicht eine Wohnung kaufen, ist das echt? Mit denen muss ich mich gut halten, falls sie mal wieder umziehen und wieder mein Kunde sein wollen. Also die Leute suchen tatsächlich eine Wohnung? Die Leute suchen tatsächlich Immobilien und die finden es ganz cool, mal zu sagen, ich gucke mal so hinter die Kulissen von einer großen, populären Fernsehproduktion und ja, können ganz viel mitbestimmen und können mal so sagen, eines Tages Familie, hier ist die DVD, ich habe mitgemacht. Jetzt haben wir uns hier getroffen auf dem Flusskreuzfahrtschiff in Venedig, man soll es nicht glauben. Und ich weiß jetzt von dir in einigen Vorgesprächen, dass du eine Menge, Menge, Menge Kreuzfahrterfahrung hast. Erzähl mal. Ich habe vor zehn Jahren die erste Kreuzfahrt meines Lebens gemacht. Das war Liebe auf den ersten Blick und seitdem immer, immer, immer wieder blaues Meer, tolle Schiffe, tolle Menschen, man sieht gigantisch viel, also meine große Liebe. Wie fandst du Venedig zu dieser Jahreszeit? Also Venedig ist immer eine Reise wert, Venedig ist traumhaft schön und ich fand es jetzt besonders schön, zum einen, weil wir bombastisches Wetter hatten, blauen Himmel, was ja grandios ist und nicht so wahnsinnig viel Touristen, man konnte mehr in Ruhe bummeln, mehr sehen, also einfach perfekt. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Mit dem Flugzeug. Nein, nein, wer hat dich motiviert, hierher zu kommen? Ich habe eine fantastische Freundin, die ich über alles liebe, eine ganz tolle Frau und die hat gesagt, du, ich bin jobmäßig mit meeres.tv hier unterwegs und da ist die Moderatorin. Da ist die Moderatorin und sagte, du hast du nicht Bock mich zu begleiten und hallo, Venedig, Wasser, Schiff? Da sage ich nicht nein, also war ich sofort dabei. Ich bedanke mich bei dir, dass du Zeit hattest, ich weiß nicht, was jetzt passiert, wahrscheinlich gehst du in Tango tanzen. Ganz kurz nochmal der Werbeblog, wo findet man dich, Webseite etc. Bei mir ist das ganz, ganz einfach, gib meinen bekloppten Namen mal in Google ein, wenn man so einen bescheuerten Nachnamen hat wie ich, das findest du immer. Sandra Owoc. O-W-O-C wie Cäsar, nicht wie Z. O-W-O-C. 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 O-W-O-C.